Herzlich willkommen zum Vegetationsreport in dieser Woche. In diesem Jahr sieht man besonders in frostgeschädigten und lückigen Beständen viele Unkräuter und Ungräser. Neben Kamille, die man hier im Hintergrund in Untermerzbach sieht, findet man auch Windenknöterich- oder andere Knötericharten, aber auch Raps, Disteln oder Melde in vielen Getreidebeständen vor. Außerdem kann durch die letzten Regenschauer häufig mit Nachschussern in Gerst oder Weizen gerechnet werden. Neben den besagten Unkräutern finden wir vielerorts auch zahlreiche Ungräser wie Trespe, Ackerfuchtschwanz, Windhalm und Flughafer vor. Aber auch die Quecke ist nicht zu unterschätzen. Gerade bei der Quecke ist der Bekämpfungszeitpunkt mit Glyphosat nach der Ernte nicht optimal, weil die Wirkungserfolge minimal sind. Häufig wird die Quecke mit kurz abgedroschen und zu dem Zeitpunkt ihrer Glyphosatspritzung hat sie dann noch nicht genug ausgetrieben und neue Blätter gebildet. Und somit ist die Aufnahme des Glyphosatmittels einfach gering und die Bekämpfungserfolge minimal. Ich empfehle Ihnen bei der Auswahl eines Glyphosatproduktes auf die Indikation und das enthaltene Netzmittel zu achten. Einige Produkte enthalten das Talovamin-haltige Netzmittel und für dieses gibt es einige Auflagen. Zum Beispiel ist das Stroh nicht zum Zwecke der Tierernährung, Tierfütterung oder für Kultursubstrate nutzbar. Die Wirkung der Glyphosate hängt stark von der Wirkstoffkonzentration in der Spritzbrühe ab. Die Zugabe eines Additivs mit penetrationsfördernder Wirkung kann diese Wirkung noch erhöhen, besonders wenn die relative Luftfeuchte gering ist. Auch die Abendstunden eignen sich für die Spritzung mit Glyphosaten. Das geringste Ertragsrisiko und die sicherste Wirkung im Getreide ist in der Vollreife gegeben. Den geeigneten Zeitpunkt können Sie ganz einfach durch die Fingernagelprobe ertesten. Sie nehmen einfach das Korn, bleibt der Fingernagelabdruck im Korn stecken, ist der Zeitpunkt für die Spritzung geeignet, springt der Abdruck zurück, ist es zu früh für die Maßnahme. Achten Sie auf die Wartezeit nach der Spritzung bis zur Ernte. Die Glyphosatprodukte haben unterschiedliche Wartezeiten, häufig liegen sie zwischen 7 und 14 Tagen. Die einzelnen Angaben können Sie den Produktinformationen entnehmen. Die Glyphosatprodukte haben unterschiedliche Wartezeit nach der Spritzung bis zur Ernte. Und hier sind die Glyphosatprodukte Benatar hoch corespakt. Die Glyphosatprodukte haben natürlich dort bis zur Erntnis bis zur Erntung bis zur Ernte.